Wie viel Geld wir haben? Doch da unten steht doch! 13.000! Nein! Da unten! Boah, ich hab grad nicht fallen! Ja... Nee, ich will nicht da dran! Nein, 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 nein! Ich fahr hier lieber durch! Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Boah, scheiße! Was war das denn jetzt schon wieder? Ach, kommt, Leute, ihr wollt mich doch länger verarschen hier! Da kommt die Plattform! Wo haben wir unser Laserbeam eigentlich? Yeah! Komm, lass mich runter! Nehmen wir uns hier dran wieder! Ja! Hopp! Ah! Fuck you, Alter! Fuck you! Ey, langsam kotzt mich die Stille graaaaad an! Vor allem, wie willst du jetzt... Magnetstreifen darfst du nicht benutzen, weil du sonst oben drin landest! Mit dir! Ich fahr eigentlich die Viecher, ab die für'n Schaden machen! Oh! Äh, die Vieh gerade verschwunden! Ey, stirbs jetzt mal! Geht doch! So! So! Schnell hier dran! Ah, verdammt! Verdammte Axt! So, weg mit dir! Und lässt schnell hier durch! Ach! Schafft! Das Vieh ist... Über uns! Genau da... Über uns! Kommt es? Kommt es? Nein! 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 Boah! Weil unten diese Plopdinger sind! Sonst hätte ich... Arrgh! Boah! Ich war da durch! Oh Gott! Soll mich beide da runtergefallen! Ich hätte das sonst gebacken gekriegt! Wenn diese... Diese Dinger da! Nicht gewesen wären! Und das ist nicht eine lahme Ausrede! Das ist halt Tatsache! Nein! Ihr trefft mich nicht! Schnell durch! Aua! Aua! Treffen mich die Dinger! Ist noch volle Möhre! Jetzt bin ich schon mal wenigstens wieder hier! Ich habe keine Ahnung wie ich das geschafft habe! Weg hier! Puh! Warte ich habe noch eine Idee! Genau der kann durch Wände schießen! Ist klar! Ja! Ich reg mich hier grad mich noch auf! Und ich! Ja! Voll! Ey! Ich! Also ich glaube in der Aufnahme schaffe ich die... Ich schaffe ich da bei weitem nicht! Komm! Lass mich mal durch! Mach mal da viel erstmal hier platt Komm weg mit dir Und schnell durch Lalalalalala Ist mir jetzt egal Lalalalalalalalalalalalalala Oh, das wäre eigentlich eine Idee, ne? Warte denn Bleib da auf, komm Ja Ah, ok Yeah, alles geschafft Und weg mit dem, ey Und platsch, weg Gott sei's, gepfiffen Ui, geh du mein Geld Ja, wo, da oben will ich jetzt nicht dran noch Brauch ich nicht Dann holen wir uns mal den Magneten Ähm Da ist er Äh, direkt über uns Ja, genau Ei, 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 ei Versagt, versagt Genau Voll getroffen worden Oh, ich muss einfach nur ganz links stehen Dann kann er mich nicht treffen Hm Waaaaaah Okay, oh, auch doch Kann er mich da ertracken Ach, einmal frei durchgekommen Da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie Boah, nicht getroffen worden Boah, der ist immer noch nicht tot Ich hab ihn noch nicht mal zu abgezogen Ich hab ihn noch nicht mal zu abgezogen Ich hab ihn noch nicht mal zu abgezogen Ohpala Und wo bleibst du da? Ui Eintriff von unten, ich bin weg Boah Boah Jawoll 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 Da haben wir ihn auch noch Die nächsten haben wir, ey Endlich Boah Ja Ich bin so happy langsam 88 Monster müssten wir jetzt haben Wenn mich nicht alles täuscht Die Tür geht wo auf? Da hinten Da waren wir schon Komm Geht an Dann ganz schnell wieder aus Und schnell durch Komm, weg, geh weg Aua Ja Hoppala Einmal hoch Da durch Na, das war ja ein Spaß Jetzt aber ins Museum Ich bin bereit Echt jetzt Loos Da ist das Museum Einmal ins Museum Waren wir da schon mal? Ich glaub nicht, ne? Da kommt Ich bin nicht bekannt vor hier Wo ist das Vieh denn? Hat mir nicht angezeigt Gut So Ich denk mal Wir müssen das Da Können wir nicht mehr steben Okay Gehen wir einfach mal hier lang Ah Ja Genau Da müssen wir uns dann wieder hier durchjagen, so, dahin ist das viel, wo wir hin müssen. Da wird es uns auch schon angezeigt. Ah, Museen, Denkmäler, Geschichte, Kultur, unendliche Jangen, Langeweile, ja, wie kann ich nur so nachlässig sein? Hab mich schon wieder selbst eingeschlossen, noch dazu in das Ding entkommen, der Boss bringt mich um. Klopf, klopf, rate mal, der Boss ist hier. Du Idiote. So, hier oben. Da ist er. Ähm, ich brauche diesen rosa Teleporter, Tele, Telepater. Oh, hoppala. So, rosaner Teleporter, wo ist der? Okay, da komme ich jetzt so nicht durch. Feierarmt! Einmal hier alles kurz und klein schießen. Ah, das Ding schießt ja auf mich. Das Ding schießt ja auf mich. Verdammte Scheiße hier. Ja, genau. Komm, bring mich um. 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 Super Energie. Los! Also, wenn ich sterben will, dann dauert das aber echt lange, ne? Bei diesem Fehler wollte ich jetzt nicht noch weiter rausblenden. Taff durch! Blablabla, da ist der Boss irgendwie um! Der Boss ist da! Da unten ist dieser Teleporter. Aber ich denk mal, den brauchen wir nicht. Hier werden's hier genau funktionieren, wenn ich lass mich überraschen. Achso. Ich brauch so einen rosanen Telefon. Äh, wo haben wir die? Wo haben wir sie da? So, wo war das hier? Ah ja, ist klar! Ah, warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Das kann man zusehen, denn es kann sich ändern! Warte mal, glaube ich! Warte mal, du kommst, du kommst, du kommst! Warte mal, du kommst, du kommst, du kommst. Du kommst dir schon, du kommst. Wie funktioniert der, du kommst, du kommst! Oh, muss ich den da reinschieben? Aua, scheiß Tropfenwaren. Oh, ja, bla 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 bla. Kann natürlich auch sein, dass ich den da reinschieben muss, der kommt dann nach unten raus. Das wäre auch ne Möglichkeit. Das versuche ich einfach mal, weil man sieht ja ein Countdown, wann das Ding wieder losgeht. Scheiß, ich bin gleich tot. Ich spring hoch und das Vieh schießt auf mich. Ey. Komm, geh auf. Durch. Wow. Nur wieder diese Waffe. Bla 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 bla. Ich kann das schon nicht mehr hören, ne? Äh. Äh. So. Bäh. So. Jetzt steht nur noch das hier. Danke. Verdammt. Ach, kommt ey. Ihr wollt mich doch verkack eiern. Kann ich nicht... Boah. Boah. Genau. Und ich... Ich lauf da wie auch voll rein, ey. Ich kann kotzen. Genau. Also bei mir geht grad die Laune in den Keller, ne? Bin ich ganz ehrlich, Leute. Weil ich krieg bei so was einen echten Kotzreiz. Ich geb jetzt am liebsten auf meine Tostatur volle Kannerei an. Weil sowas regt mich einfach nur noch auf. Und wenn jetzt... Bevor jetzt hier irgendwelche wieder sage, ey, ich bin einfach nur zu blöd zu zocken. Macht es erstmal selber besser. Hoppala. 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 Ah, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Dass das so geht. Ich hab's ja gesagt. Das hängt hier fest. Auch schön. Ah, mein Gott. Ich hab's ja gesagt. Hab ich nicht gesagt? Ja, ich hab's gesagt. Dass ich ihn irgendwie da durchschieben muss. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir nach... Ja, so. Neuen Hut gefunden. Danke. Erinnert mich grad ein bisschen an Minecraft. Der Hut. So, da kommen wir nicht weiter. Das heißt irgendwie da hinten kommen wir weiter. Gucken wir mal. Ah, nee. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hä, hä, hä. Aber irgendwie da unten. Irgendwie hier so oder da so. Da müssen wir auch wieder was durchjagen. Ja, da müssen wir auch wieder was durchjagen.